Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 25. Juli. Der auch zumindest in Deutschland wohl bekannt wird als heißester Tag des Jahres oder auch ewig. Naja, heute haben wir dabei Facebook, Deezer, Uber und Tesla. Beginnen tun wir mit Facebook. Die haben sich jetzt mit der FTC in Amerika geeinigt und es geht auch immer noch um den Cambridge Analytics Datenskandal aus dem letzten Jahr. Und Facebook wurde jetzt verurteilt, muss 5 Milliarden US-Dollar Strafe bezahlen. Es wird keine persönliche Rechenschaft erforderlich sein, also keine Personen aus dem Unternehmen werden zur Rechenschaft gezogen. Und Facebook hat sich jetzt dem Datenschutz verschrieben, hat das als Kernprinzip der Firma ausgegeben. Und unter anderem wird jetzt jeder neue Dienst, der mit Facebook zusammenarbeitet, einer Privatsphäre-Auswertung unterzogen. Und die daraus entwickelten Analysen und Reporte werden dann halt dem CEO und auch unabhängigen Beurteilern zur Verfügung gestellt. Und gleichzeitig müssen sich Facebook-Entwickler jetzt auch zertifizieren lassen und ganz viele kleine Maßnahmen, die dem Ganzen helfen sollen. Wie das Ganze dann umgesetzt wird, muss man schauen. Es gibt durchaus schon Kritik an der Lösung mit dem FTC, auch gerade daran, dass keine Personen zur Rechenschaft gezogen worden sind. Warten wir mal ab. Deezer, das ist ja ein Musik-Streaming-Dienst, eher aus den hinteren Reihen, weil vorne gibt es eigentlich Spotify und Apple Music. Dann kommt mittlerweile wahrscheinlich sogar schon YouTube Music. Und dann kommen die ganzen kleineren Dienste wie Deezer, die aber trotz allem sehr beliebt sind. Und auch Deezer hat die Zeichen der Zeit erkannt und verpasst jetzt seinen Apps und auch dem Webplayer im Browser einen Dark Mode. Den kann man halt mit dem bunten Player-Design, aber auch mit dem einfarbigen, dunklen, normalen Hintergrund verwenden. Und dann ist das alles schöner fürs Auge. Ich glaube, Dark Mode, da scheiden sich auch die Geister. Wenn ihr Deezer nutzt und auf Dark Modus steht, dann habt ihr jetzt endlich die Möglichkeit. Uber, die haben ja auch diverse Dienste. Wir hatten ja Uber Normal schon dabei, Uber Eats und diverse andere Sachen. Ein Uber-Dienst, der eher unbekannter ist, weil es wird die meisten wahrscheinlich nicht betreffen, ist Uber Fright. Das ist praktisch Logistik on Demand. Also Uber vermittelt als Plattform leere LKWs mit zufahrenden Ladungen. Man bekommt einen entsprechenden Preis und dann kann man sich so ein LKW buchen, beziehungsweise auch LKW mit Fahrer logischerweise und seine Ladung von A nach B bringen. Der Dienst ist bereits in Holland aktiv und startet jetzt auch entsprechend in Deutschland. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für viele Unternehmen sehr interessant sein wird und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und wir hatten ja schon diese Woche Elon Musk, aber auch natürlich keine Woche ohne Tesla. Es ist ja eh die Woche der ganzen Quartalszahlen, die von den verschiedenen Firmen bekannt gegeben werden, die wir jetzt nicht unbedingt jedes Mal hier in den Daily packen wollen. Tesla hat auch Zahlen bekannt gegeben und ein paar Infos drumherum zu den Autos und zu den neuen Verlusten, die höher sind als erwartet. Aber die interessanteste Story ist, dass der Mitgründer und aktuelle oder jetzt eben nicht mehr aktuelle CTO, also Chief Technology Officer J.B. Straubel, dass der zurücktritt. Der wird sich zurückziehen aus dem Tagesgeschäft und nur noch als Senior Advisor zur Verfügung stehen, was halt eigentlich bedeutet, der ist raus. Tja, Elon Musk hat das bekannt gegeben bei einem Conference Call und die Stelle wird logischerweise neu besetzt, da der Weißpräsident von Tesla für die Technologie wird eben hochrutschen. Und ja, ob das so gut ist, wenn ein Mitgründer aussteigt aus der Firma, das sei mal so dahingestellt. Auf jeden Fall hat Tesla ein paar windige Zeiten vor sich. Ja, das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, ihr kommt gut über diesen heißesten Tag des Jahres oder Jahrzehnts oder wo auch immer. Und ja, trinkt viel, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche wieder. Hört mehr Geek Talk! Hört mehr Geek Talk!